Hallo, wir stehen jetzt am Bahnhof und fahren nach Stuttgart, und zwar zum Wohnwagen Winkler nach Stuttgart. Und wir holen heute unser neues Wohnmobil ab. Mehr wird noch nicht verraten, erst später. Also wir fahren jetzt dorthin, hoffen, dass alles klappt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zugfahrt, ein bisschen umsteigen. Also ich denke mal so in zwei Stunden werden wir da sein, oder drei Stunden werden wir da sein. Wir haben fünfmal alles gecheckt, dass wir alles dabei haben, unsere Nummerntafel. Sonst wird's nix. Sonst gibt's nix. Jetzt müssen wir mit dem Zug wieder heim. Okay, dann bis später. Bis später. Wir fahren weiter Fußweg. Oh, es lässt dich schon erahnen, um was für ein Mobil es sich handelt. Um ein Winklermobil. Ja, Bürstner. Bürstner. Detlef steht hier auch. Bürstner. Bherznt. Bherznt. Wie? K marathon. BZh. Bherznt. Ja, bis dahin. Klappe! Also von Profis sind wir weit entfernt. Also wir sind jetzt in, wo sind wir? In Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven. Wir haben heute Montag. Am Freitagabend haben wir unser Wohnmobil abgeholt in Stuttgart. Wir waren dann gegen halb sieben oder so zu Hause. Genau. Haben schnell gepackt. Schnell gepackt, grob sauber gemacht, alles gepackt. War ja schon sauber. Bis nachts um zwölf. Um fünf Uhr wieder aufgestanden und dann 700 Kilometer in den Nocken gefahren zu den Schwiegereltern. Haben die überrascht, weil die Schwiegermama Geburtstag hatte. Das wollten wir uns da nicht nehmen lassen. Das heißt, wir haben unser Wohnmobil während der Fährt kennengelernt. Ja. Quasi. Und wir haben es noch viel besser kennengelernt, dieses Wochenende. Wir waren jetzt zwei Tage auf dem Campingplatz in, wie heißt das? In Schwortens. In Schwortens auf dem Campingplatz. Was haben wir da kennengelernt? Genau. Das kommt gleich noch. Ich sag nur Wasser. Hast du da was kennengelernt? Ja. Ach, den Wassereinbruch. Da waren wir jetzt auf jeden Fall zwei Tage, weil da die Schwiegereltern wohnen. Also es sind schon die ersten Reklamationen. Die kommen noch, ja. Das werden bestimmt noch mehr. Und dann wollten wir heute Morgen weiterfahren nach Wilhelmshaven. Da sind wir ja jetzt auch gelandet. Zuerst brauchen wir Gas. Dann kann man ja so schön googeln und dann haben wir guckt, wo kann man denn Alugas tauschen. Haben wir uns einen... Ein Fritz Berger Händler, also ein Leica Händler, der vertreibt... Der hat einen Fritz Berger Shop in Hoxil, glaube ich. Hoxil. Da haben wir unsere Alugasflasche reingetragen. Und dann haben die uns kackfrech gesagt, die tauschen wir nicht um. Ich dachte immer, Alugasflaschen wären Alugasflaschen. Aber da gibt es zwei Unterschiede. Aber da konnte die Frau ja eigentlich nichts dafür. Die hat bei ihrem Händler angerufen, wo die Alugas beziehen und der hat gesagt, nee, also Rheingas tauschen wir nicht um. Rheinlandgas tauschen wir nicht um. Nur Westfalengas. Genau. Der Händler ist Westfalengas und die tauschen nur Westfalengas um. Kein Rheingas. Und so standen wir wieder mit unserem Rheingas da. Wie doof. Dann sind wir weitergefahren nach... Hornbach. Hornbach. Und die haben die Alugasflasche getauscht. War kein Problem, haben wir Alugas bekommen. Auf der Fahrt da hin, habe ich zu meinem Mann gesagt, während der Fahrt, hör mal, das hört sich so an, als ob wir gleich nasse Füße kriegen. Immer wenn wir in die Kurve fahren, dann macht Schwapp und Wasser rauscht. Plätschdott. Aber wahrscheinlich hat mein Mann gedacht, die Frau wird schon das Gras wachsen. Wie immer. Aber er hat dann sich die Mühe gemacht und hat dann einmal geschaut und dann standen bestimmt 10 cm Wasser vorne links. Was? In dem, hinter vorm Gaskasten, im Staufach stand 10 cm Wasser drin. Und da wir ja schon eh beim Hornbach waren, habe ich gedacht, jetzt kaufe ich noch ein paar Goldfische. Ja. Dann muss man das Wasser abschöpfen. Mit einem Teller. Das war ja toll. Jedenfalls... Hat der keinen Akkuschrauber, der hat tatsächlich ein Loch gebot. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das kann echt nicht angehen. Wir haben dann bei unserem Händler angerufen, ich meine, wir sind 700 Kilometer von zu Hause entfernt. Der war wirklich, also haben sich auch ganz viel Mühe gegeben gleich, wollte dann auch gleich helfen. Haben dann hier in der Nähe, in Sande, beim Wohnmobil Kartago Händler angerufen. Haben da gleich ausgemacht, dass wir vorbeikommen können. Also das war alles geregelt, das war nicht das Problem. Und wir sind dann dorthin gefahren und die haben sich das angeschaut. Was hat der gemeint, was da jetzt ist? Der hat dann alle Klappen nachgestellt. Die lagen anscheinend nicht weit genug an. Ja. Obwohl, das ist ja komisch. Aber so viel Wasser. Es waren ja nicht nur ein paar Tropfen. Nein, das war so viel Wasser. Es war ja in der Garage genauso. Da war es nicht ganz so viel, aber da war auch Wasser reingekommen. Ja. Jetzt müssen wir halt mal warten. Ich meine, das hat ja natürlich auch echt geschüttet. Und der ganze Wind hat es natürlich noch hinter die Klappen gedrückt. Richtig schön reindrückt. Jetzt gucken wir mal, ob es damit getan ist. Wir hoffen es. Während der Fahrt, während der Fahrt, während der erste Fahrt hierher am Samstagfrüh ist eine Schraube und eine Mutter. Da ist ein Hubbett rausgekommen. Zack! Auf dem Armaturenbrett. Habe ich schon viel gelesen, dass das Hubbett von alleine runterkommen soll. Aber das war anscheinend... Jetzt ist es nach oben. Wir haben noch gar nicht gefunden direkt, wo es jetzt herkommt. Aber gut, wenn das alles ist. Aber ich hoffe, dass nicht noch mehr kommt. Unter der Sonnenblende. Unter der Sonnenblende. Da kommt die Schraube her. Aber ich habe kein... Wir haben kein Werkzeug dabei. Ich habe kein Werkzeug dabei. Ich habe es vergessen. Ich hätte es auch vor dem Händler sagen können. Aber ich habe es echt vergessen. Ja, ist egal. Aber ansonsten... Steht ein Holzkeil unter. Unser Wohnmobil haben wir jetzt gerade mal drei Tage. Ich glaube, ansonsten sind wir bisher echt zufrieden. Da haben wir sonst noch nichts festgestellt. Wobei, Wassereinbruch ja wirklich schon mal reicht. Ich hoffe, da kommt nicht echt noch mehr an. Ich hoffe, dass es das war. Das reicht echt fürs Erste. Okay. Ja. Und wir stehen jetzt auf dem Wohnmobilstellenplatz. Ich habe mir von der Park4Night App... Genau, von der Park4Night App... Wie heißt das hier? Ich habe mir den Platz rausgesucht. Und der heißt... Es ist echt urig. Ja. Wohnmobilstellenplatz Schleuseninsel. Direkt hinter dem Hochwasserdamm. Der Platz ist eigentlich ganz nett gemacht. Ganz urig gemacht. Es hat Platz für 30 Wohnmobile. In diesen 10 Euro ist Fair und Entsorgung dabei. Wasser kann man hier... Strom kostet glaube ich drei Euro pauschal. Ja, drei Euro pauschal. Das haben wir jetzt gar nicht angeschlossen, Strom, weil wir mal gucken wollten. Weil wir haben jetzt auch Solar auf dem Dach. Weil wir mal gucken wollten, wie weit wir denn so kommen mit unserem Strom. Ohne Strom. Learning by doing. Mal gucken, was sonst dann so kaputt geht. Ja, und so waren das die ersten knapp drei Tage mit unserem Wohnraum. Aber es hat nur geregnet. Ja. Jetzt hat es mal aufgehört zu regnen. Aber der Wind ist immer noch da. Und es stürmt hier so. Hier sind die ganzen Blumentöpfe, Ton-Töpfe und Beton. Es ist alles umgefallen. Moment, das zeigen wir mal. Ja. Damit ihr mal seht, wie das hier stürmt. Dieses kleine Häuschen. Das kleine weiße Häuschen ist die Anmeldung. Die ist echt urig. Die Garage ist immer offen. Da gibt es übrigens Getränke. Da steht ein Kühlschrank, da steht das Bier drin. Da kann man sich selber bedienen, da muss man das Geld irgendwo innen. Das nennt sich Campertreffen. Ein Campertreffen, ja. Das ist ein Bistotisch, da kann man sich schön drin ein Bier trinken. Echt urig. Richtig. Ja. Hier hat es alles umweht. Also ob wir dazu kommen, euch mal den Stellplatz zu zeigen, ich glaube da wird nichts von. Nein. Das ist ja so ein Wind und unsere Kamera. Das soll morgen noch schlimmer. Die macht zwar ein gutes Bild, aber einen sehr schlechten Ton, wie ihr auch hin und wieder schon bemerkt habt. Und wenn es da so windig ist, dann versteht ihr uns gar nicht mehr. Da müssen wir noch, da ist noch Verbesserung notwendig. Aber an diese Kamera lässt sich kein externes Mikrofon anschließen und der Wind ist echt der Hammer. Wir haben jetzt Hubstützenanlagen, ja, es wackelt trotzdem. Das ist echt krass. Das ist echt der Hammer. Das ist der raue Norden. Der raue Norden. Der raue Norden. Da kann ich froh sein, dass ich die da weg geholt habe. Da oben laufen welche spazieren und die fliegen gleich weg. Die gehen so. Guck mal, die stehen. Unglaublich. Das war es dann erstmal von uns. Von unseren ersten Tagen im Wohnmobil. Machen wir eine Rundruhe? Wenn das mal gewünscht ist, machen wir auch gerne mal eine Rundruhe, ja. Okay, dann machen wir mal. Wenn wir selber überall mal alles rausgefunden haben, wie alles funktioniert mit der ganzen Technik. Wir hatten ja zwar eine Einweisung, das hat auch alles super geklappt. Also die Einweisung bei Wohnwagen Winkler von Stuttgart, da waren wir echt sehr zufrieden. Kann man nicht sagen. Das hat alles super geklappt. Ganz prima. Jetzt bei der ersten Reklamation mit dem etwas Wassereinbruch hier waren die auch sehr zuvorkommend. Haben die sich sofort gekümmert. Also ich kann da echt nichts Schlechtes sagen. Also es hat alles geklappt. Wir mussten jetzt auch nichts bezahlen oder so. Jetzt hier beim Händler. Es wird alles geregelt. Also Gott sei Dank. Wir mussten auch nicht in die Vorkasse treten. Wahrscheinlich rechnen die das direkt auch mit Cartago ab. Mit Cartago das direkt abrechnen. Genau. Garantie. Das war jetzt auch keine große Sache denke ich, die Sachen danach zu stellen. Wenn es das wirklich war jetzt, dann kann man ja groß sein. Eine halbe Stunde waren wir schon wieder fort. Ja. Eine halbe Stunde hat es dauert. Genau. Okay. Okay. Dann danke fürs Zuschauen. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Ein Abo. Ein Abo. Damit ihr uns öfter seht, sehen müsst, sehen dürft, wie ihr wollt. Ciao. Ciao.